Zwischen Jörn und Hanna Schlöhn-Vogt ist alles aus und vorbei. 2018 geben sich der GZSZ-Darsteller und die Influencerin ganz romantisch das Ja-Wort. Ein Jahr zuvor begrüßen die beiden ihre Tochter Delia. Doch nun macht Jörn die überraschende Trennung der beiden Publik. Wir können bestätigen, dass wir seit längerem kein Liebespaar mehr sind. Angeblich sind die zwei schon seit einem Jahr kein Paar mehr. Dabei sprechen Jörn und Hanna im vergangenen Jahr mit Promiflash sogar noch über ihren weiteren Kinderwunsch. Ja, also wir haben jetzt noch nicht konkret eine Planung, aber wir wünschen uns auf jeden Fall ein zweites Kind. Doch die Trennung geht wohl für den TV-Star und seine Noch-Ehefrau in Ordnung. Hanna löscht bereits alle gemeinsamen Pärchen-Erinnerungen auf Social Media. Zwischen den beiden herrscht aber kein böses Blut, wie Jörn klarstellt. Um Missverständnissen vorzubeugen, wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß. Hanna's Statement zum überraschenden Liebesaus mit Jörn steht momentan noch aus.